Seine Mission und seine Botschaft. Und dann sieht er die Leute an. Das steht da so ganz kurz im Klang. Jesus sagt das Volk. Sehen ist ja für uns wichtig. Wir nehmen die Wirklichkeit mit unseren Augen her. Wenn jemand die Alternative zwischen Hören und Sehen hat, wird er sich immer für Sehen entschauen. Ich habe etwas gesehen. Aber was sehen wir wirklich? Gucken wir nur flüchtig hin. Und das sehen wir so hin, dass wir eine Situation tatsächlich auch aufnehmen. Die flüchtig sehen wir oft. Manchmal kann es ja sein, dass man in die Situation kommt. Dass man eine Strecke, die man sonst nur mit dem Auto fährt, zu Fuß beheben muss. Die Polizei hat keinen Einzelnen. Und dann hat man ein paar Wochen zu Fuß unterwegs. Das ist nicht schlimm. Hat die Strecke erfasst. Man fühlt sich auch daran. Das Besondere ist nämlich dann, wenn man mal eine Weile zu Fuß geht. Dass man die Welt, durch die man sonst immer relativ schnell durchgefahren ist. Und ganz anders wahrnimmt. Da entdeckt man auf einmal Dinge, die man nie gesehen hat. Es geht alles langsamer. Und ein ganzes Stück auch bewusster. Wenn man dann genug gesehen hat, dann kommt der Flurschein wieder. Aber in solchen Momenten wird einem manchmal dann auch bewusst, was es heißt, wirklich zu sehen. Und wenn es jemand davon heißt, dass Jesus sah, dann kommt er richtig hin. Dann war es nicht nur ein Friedrich in der Welt. Sondern er zieht ihn hin. Und dann kommt er richtig hin.